Immobilien, Städte, Menschen. Der ULI Germany Podcast mit Gestaltern der gebauten Umwelt, Machern der Immobilienbranche und Persönlichkeiten, die unsere Städte prägen. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Stefanie Baden und heute zu Gast in Berlin bei der Deutsche Wohnen. Und mein Gast am Mikro ist CEO Michael Zahn. Hallo Herr Zahn. Hallo Frau Baden. Hand aufs Herz, Herr Zahn. Hätten Sie vor einem Jahr auch einen Podcast mit mir aufgenommen? Vielleicht schon, ja. Also ich denke, dass ich mich den neuen Medien einfach öffnen muss. Und die letzten anderthalb Jahre hatte ich relativ viel damit zu tun. Und ich sage mal, es ist zwar nicht mein erster, aber mein zweiter. Also ist das noch relativ jungfräulich, was ich hier mache. Schauen wir mal. Mit wem haben Sie den ersten Podcast aufgenommen? Kann ich Ihnen gar nicht mehr sagen. Liegt schon eine Weile zurück. Okay, aber an den ULI-Podcast werden Sie sich bestimmt erinnern. Ordnen wir mal die Deutsche Wohnen als Vermieter ins Gesamtbild des deutschen Mietmarktes ein. In Deutschland gibt es circa 18 Millionen Mietwohnungen. Knapp die Hälfte hiervon ist im Besitz von Privatpersonen. Von den übrigen 9 Millionen Wohnungen zählt die Deutsche Wohnen 162.000 in ihrem Bestand. Ist das korrekt? Ja, das bedeutet, Ihnen gehören eigentlich nur 0,9 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland. Ein Riese sind Sie aus dieser Perspektive im Grunde nicht. Und doch sind Sie eines der größten Immobilienunternehmen im Land. Herr Zahn, Sie handeln mit einem emotionalen Produkt, nämlich mit dem privatesten, das wir haben, unserem Wohnraum. Was bedeutet Wohnen für Sie persönlich? Na, erstmal möchte ich das korrigieren. Wir handeln nicht, sondern wir verstehen uns ja als Bestandshalter. Und das heißt, wir entwickeln Wohnen. So würde ich das erstmal korrigieren wollen. Ja, gut. Sie haben das angesprochen. Von der relativen Größe, was die Wohnungsbestände anbelangt, sind wir doch relativ klein. Nische. Ja, trotzdem haben wir die Aufmerksamkeit. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass wir sehr konzentrierte Bestände haben, dass wir im Wesentlichen viele Bestände in Großstädten haben. Und Sie kennen das und können das auch tagtäglich nachlesen. Dort haben wir die größten Probleme. Und dort haben wir in der Zwischenzeit einfach schlicht und ergreifend eine ideologische Diskussion. Der Gestalt kann es sein, dass Wohnen sozusagen als gut, im schlimmsten Fall, an der Börse gehandelt werden darf. Und ich sage mal, der Diskussion muss man sich stellen, weil am Ende des Tages, glaube ich, einfach haben wir auch eine gewisse Vorbildfunktion. Am Ende des Tages muss man aber auch sehen, dass das Produkt sehr erfolgreich ist an der Börse. Ja, die eine Geschichte ist, wir sind klein. Die andere Geschichte auf der anderen Seite ist, dass wir in Europa die Nummer zwei sind. Wir sehen auch gerade mal wieder jetzt in diesem doch sehr, sehr unsicheren Umfeld, dass Wohnen eine Asset-Klasse ist, die von großen Pensionskassen nachgefragt wird. Und insofern müssen wir ein Stück weit die Balance herstellen. Die Balance, ich sage mal, ich will es mal so umschreiben, Bezahlbarkeit von Wohnen sicherstellen. Auf der anderen Seite eine auskömmliche Rendite erwirtschaften. Und das gelingt uns, glaube ich, die letzten Jahre sehr gut. Und deshalb sind wir so gut positioniert. Damit geben Sie mir den Stichpunkt für meine nächste Frage. Sie befinden sich ja mit dem Thema Wohnen und der aktuellen Situation in einer Sandwich-Situation. Investoren auf der einen und Mieter auf der anderen Seite. Wie handeln Sie diese grundverschiedenen Interessen, denen Sie ja beiden gerecht werden müssen? Ja, im Grunde genommen muss es unser Ziel sein und bleibt es unser Ziel, dass wir den Erfolg langfristig messen. Und das heißt, unser Geschäftsmodell muss langfristig angelegt sein, muss nachhaltig sein. Und eine ganz wesentliche Voraussetzung für ein nachhaltiges Geschäftsmodell sind gute, langfristige, bewährte Kundenbeziehungen. Also geht es nicht ohne den Kunden. Auf der anderen Seite muss letztendlich jeder Stakeholder realisieren, dass wir ein privat geführtes Unternehmen sind. Das heißt, wir müssen Geld verdienen. Wir müssen jetzt nicht, ich sage mal, in der Größenordnung Geld verdienen, wie das andere Industrien letztendlich leisten müssen. Aber wir müssen dennoch den Nachweis letztendlich liefern, dass wir Erträge erwirtschaften, dass wir erfolgreich sind, dass wir langfristig unsere Erfolgsziele auch erreichen. Und das geht nur mit dem Kunden und nicht gegen den Kunden. Wie erleben Sie denn das Verständnis Ihrer Kunden für genau diesen langfristigen Ansatz? Na, ich würde mal sagen, wenn ich die Mieterbefragung Revue passieren lasse, dann zeigen die mir ein ganz, ganz anderes Bild, als das teilweise in der öffentlichen Wahrnehmung so ausschaut. Also unsere Mieter sind sehr zufrieden mit uns. Wir haben eine sehr, sehr hohe Kundenzufriedenheit. Und ich glaube, dass unsere Mieter sich weniger mit den ideologischen Auseinandersetzungen, die in der Öffentlichkeit geführt werden, auseinandersetzen, sondern sie fragen sich einfach, kann ich mir langfristig eine Wohnung leisten? Kann ich mir diese Wohnung leisten? Und die andere Geschichte ist, finde ich überhaupt noch eine Wohnung in diesem Markt? Und das sind zwei große Themen, mit denen müssen wir umgehen. Im Bereich des Klimaschutzes haben wir jetzt mit unserem Vortrag, mit unserem Programm eine Idee präsentiert, die den Versuch unternimmt, einerseits Klimaziele zu erreichen, andererseits Bezahlbarkeit sicherzustellen. Und wenn es um neue Wohnungen geht, dann haben wir da in der Zwischenzeit auch mehr Verantwortung übernommen. Ich glaube, die letzten Monate haben wir sehr, sehr viel Geld investiert in Projektentwicklung, in die Übernahme von Plattformen. Das heißt, das Thema Neubau wird für uns in der Zukunft eine ganz, ganz andere Rolle spielen, natürlich in den Großstädten. Und das heißt, wir müssen auch hier unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Und das sind für mich natürlich Klimaziele. Ich glaube, ich halte das persönlich auch für richtig, dass man die Umwelt mehr und mehr auch einrechnet in seine Kalkulationen. Kommen wir noch zugleich. Und das andere Thema ist ganz klar, wir müssen mehr Initiative, mehr Kapital in den Neubau investieren, weil es ist leider Gottes so, dass wir zu wenig Angebot haben. Und dieses zu wenig an Angebot führt natürlich modelltheoretisch zu Preissteigerungen. Und das macht den Mietern oder generell, das macht den Menschen Sorgen. Eine Suggestivfrage. Glauben Sie, dass der deutsche respektive der Berliner Mietmarkt überreguliert ist? Generell ist der Mietenmarkt in Deutschland stark reguliert. Und die Frage ist, brauchen wir mehr Regulierung? Und die Antwort ist nein. Das ist jetzt reflexartig. Was anderes hätten Sie wahrscheinlich von mir auch nicht erwartet. Aber ich glaube schon, dass der Mietenmarkt in Deutschland sehr, sehr stark reguliert ist und viele, viele Aspekte behandelt, die heute, ich sage mal, fast schon plakativ diskutiert werden. Ich glaube, man hat jetzt hier insbesondere in Berlin die Erfahrung machen müssen, dass natürlich Regulierung und einseitige Regulierung zulasten des Vermieters dazu führt, dass nicht mehr gebaut wird. Und das heißt, man löst mit einer einseitigen Regulierungspolitik nicht die eigentlichen Probleme. Auf der anderen Seite müssen wir als Wirtschaftsakteur aber auch die Belange, wie ich gesagt habe, der Bevölkerung berücksichtigen. Und wir müssen gemeinsam versuchen, mit der Politik hier Lösungen zu finden, die zu einer gewissen Beruhigung, zu einer Perspektive führen. Und deshalb ist mein Motto nicht mehr regulieren, sondern mein Motto ist nicht über den anderen reden, sondern mit dem anderen reden. Ein guter Ansatz. 75 Prozent Ihrer Wohnungen befinden sich in Berlin. Gesellschaftspolitisch hat Ihnen die Stadt und einige Ihrer Bürger in der Vergangenheit eine Menge Ärger eingebracht. Haben Sie nicht manchmal schlicht die Nase voll von Berlin? Berlin ist und bleibt eine schwierige Stadt, eine sehr emotionale Stadt, eine sehr politische Stadt. Ich würde sagen, was wir hier in Berlin erleben, erleben wir auch andernorts. Vielleicht nicht so laut und so prominent, aber auch in München, Frankfurt, und in anderen Städten, sehe ich ähnliche Entwicklungen. Was passiert? Was wir hier erleben, ist nichts anderes als die Auseinandersetzung der Stadtgesellschaft mit der Zukunft. Also die Frage, die sich jede Stadt stellen muss, ist, wie gehe ich mit den langfristigen Herausforderungen um, die sich ergeben aus weiterem Zuzug, also der steigenden Urbanisierung, der Alterung der Gesellschaft, der ökologische Umbau. Da ist Stadt betroffen, da muss Stadt Antworten finden. Und ich glaube, hier in Berlin ist so ein politisches Zentrum, wo alles diskutiert wird, ja, auch in Extrem. Aber Diskussion als solche ist, glaube ich, wertvoll. Und diese Diskussion halte ich auch für richtig, ja, auch wenn sie, ich sage mal, in ihrer Heftigkeit und vom Niveau sicherlich nicht immer so stattfindet, wie ich mir das wünschen würde, ja. Also ich würde mir mehr Versachlichung, mehr Inhalt, mehr Konstruktives, ja, wünschen. Wie ambitioniert erschließen Sie denn andere Märkte außerhalb Berlins? Überall, wo wir Opportunitäten für uns erkennen können, versuchen wir natürlich, diese Opportunitäten für uns zu nutzen. Aber ich glaube, der Erfolg der Deutschen Boden hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir uns nicht von kurzfristigen Ereignissen beeindrucken lassen oder beeinflussen lassen, sondern dass wir ein langfristiges Ziel haben. Und unser Ziel ist ganz klar, wir wollen und sehen gute Möglichkeiten für uns, in Deutschland weiter zu wachsen. Wir wollen auch in anderen Städten ganz klar wachsen. Das haben wir jetzt auch gezeigt die letzten zwölf Monate. Wir sind mittlerweile einer der größten Projektentwickler, beispielsweise in München. Für uns bleibt die Strategie, wir fokussieren auf Großstädte, weil wir einfach an die Urbanisierung glauben, die Herausforderungen der Städte sehen und einfach auch der Meinung sind, dass wir da Chancen für uns auch realisieren werden können aus einer Partnerschaft. Also insofern, wir haben die Corona-Phase sehr, sehr intensiv für uns genutzt, waren sehr, sehr aktiv, sehr erfolgreich, blicken auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Und ich denke, die nächsten zwei Jahre bleiben interessant, weil die Auswirkungen von Corona, die werden wir erst in, sagen wir mal, ein bis zwei Jahren wirklich erkennen können. Sie haben es eben schon angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit. Die Deutsche Wohnen nimmt ja das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz in den Fokus. Das ist lobenswert, ist die Immobilienbranche doch für 30 Prozent der Emissionen verantwortlich. Für sie bedeuten Gegenmaßnahmen sicherlich vor allen Dingen energetische Sanierungen, die mit Kosten verbunden sind und zwar mit hohen Renten. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat in einer aktuellen Studie zum klimaneutralen Gebäude Bestand in Deutschland bis 2050 einen aufzuwendenden Betrag von, Achtung, 500 Milliarden Euro in den Raum gestellt. Zur Umsetzung brauche es ein Instrument, das die Aspekte Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit sinnvoll verknüpft. Wie sieht so ein Instrument aus Ihrer Sicht aus? Wir haben, wie bereits erwähnt, einen Vorschlag gemacht, wie wir uns energetische Gebäudesanierung vorstellen. Und ich glaube, das ganz, ganz große Thema ist schlicht und ergreifend, wie nehmen wir den Menschen die Sorge, was Bezahlbarkeit von Wohnen anbelangt. Und Sie haben es gerade angesprochen, energetische Gebäudesanierung ist teuer und erhöht die Mieten. Und auf der anderen Seite muss man einfach auch mal fairerweise sagen, auf Basis heutiger Energiepreise haben wir auch nicht die Situation, dass wir von einer warmen Mietenneutralität sprechen können. Also wir können heute noch nicht die Betriebskosten einsparen, die letztendlich insgesamt das System wieder ausgleichen. Wenn wir aber heute einfach mal davon ausgehen, dass knappe Ressourcen teurer werden, und dazu zähle ich Wasser, dazu zähle ich Energie, dazu zähle ich natürlich fossile Brennstoffe, dann wird sich dort im Laufe der Zeit eine Teuerung ergeben, die langfristig Sorge bereiten muss. Weil langfristig, glaube ich, haben wir wieder eine ähnliche Situation, wie wir sie schon mal hatten, dass die Betriebskosten explodieren. Und deshalb, glaube ich, einfach auf Basis zu erwartender Abgaben, sei es CO2, auf Basis zu erwartender Preissteigerung, was Betriebskosten anbelangt, müssen wir einfach handeln, um Bezahlbarkeit sicherzustellen. Und jetzt geht es einfach um die Frage, wie gestalte ich dieses Drehbuch, sodass der Mieter langfristig in die Klimakosten einerseits reinwächst, weil er muss reinwachsen, weil er ist nun mal der Nutzer und er steuert die Verbraucher. Und wie kann ich das System vorne sozusagen erleichtern, abfedern, was die Kostenanstiege anbelangt. Und unser Vorschlag ist schlicht und ergreifend, dass wir die CO2-Abgabe, die Mittel, die in den EKF-Fonds fließen, dass wir die zu 100 Prozent letztendlich dem Mieter zur Verfügung stellen und seine Umlage sozusagen auf 15 Jahre subventionieren. Hat den Vorteil, dass er in den ersten Jahren sogar eine Mietreduzierung von der Warmiene her erwarten darf und hat langfristig den gesellschaftspolitischen Vorteil, dass der Mieter eben langfristig in die Klimakosten reinwachsen kann. Und ich glaube, das ist die Basis für eine stabile, nachhaltige, energetische Gebäudesanierung. Und dass wir mit dem Vorschlag hier ein Stück weit Vorrohre machen, hat einfach was damit zu tun, dass wir gesagt haben, okay, wir dürfen jetzt nicht warten, bis die Politik wieder einseitig Vorschläge unterbreitet. Und wir warten jetzt auch nicht ab, wie sich Wahlergebnisse darstellen, wie sich Parteiprogramme darstellen, sondern wir versuchen jetzt einfach mal auf Basis unserer eigenen Erfahrungen, und wir sanieren ja bereits seit über zehn Jahren energetisch sinnvolle, pragmatische, faire Lösungen vorzuschlagen, die allen nutzen, uns, indem wir unser Programm fortführen können und vielleicht sogar eher mehr als weniger investieren, dem Staat, indem er langfristig sein Klima schützt und damit viel tut für Gesundheit, und zuletzt der Mieter, indem man ihm ein Modell anbietet, was ihn sozusagen, wie schon gesagt, in die Klimakosten langfristig einbettet. Das ist die Idee. Klingt sinnhaft und logisch. Und dann hoffe ich, dass Sie mit diesem Vorschlag auch Erfolg haben werden. Herr Zahn, 1997 sind Sie als stellvertretender Leiter des Rechnungswesens zur deutschen Wohnung gekommen und als diese noch G. H. Kies und 28.000 Wohnungen in Berlin besaß. Zwischen damals und heute liegen 23 Jahre, 134.000 Wohnungen und ein Kulturwandel um, was würden Sie sagen, wie viel Grad? 95. Wer oder was hat diesen Kulturwandel geprägt? Also nicht 360. Ja, am Ende sind es die Menschen. Am Ende, glaube ich, war ganz wesentlich, dass wir in 2007 gesagt haben, es genügt nicht, es reicht nicht aus, jetzt eine Portfolio-Strategie auf der erste Zeit zu definieren, sondern wir brauchen einfach eine andere Kultur. Wir brauchen andere Menschen. Wir müssen das Unternehmen verjüngen. Wir müssen letztendlich auch mehr Qualifikation, mehr Motivation ins Unternehmen reinholen. Und die Geschichte der Deutschen Wohnen und der Erfolg der Deutschen Wohnen ist letztendlich der Erfolg der Mitarbeiter. Und klar hat man als CEO hier eine exponierte Position im Unternehmen und muss auch hin und wieder mal die Richtung vorgeben. Aber getragen wir das Ganze von Menschen und das ist für mich immer noch nach wie vor das Beeindruckendste, dass wir, A, haben wir noch viele Mitarbeiter, die mit mir gemeinsam diese Wanderung aufgenommen haben, diesen Anstieg. Und B, für mich wirklich wichtig ist, dass man auch fairerweise jetzt sagen kann, okay, nach zehn Jahren zeigt sich einfach, dass unsere Ideen, unsere Vision, die wir hatten, dass die nachhaltig sind, dass sie funktionieren, dass sie von Erfolg gekrönt sind. Und das ist aber ein bisschen die Geschichte, ja. Und deshalb 95 und nicht 360. Wenn ich jetzt salopp formuliere und sage, dass die Deutsche Wohnen ihr Baby ist, trifft es das? Ja, es ist mein Unternehmen, ja. Es fühlt sich wie mein Unternehmen an. Ich habe natürlich auch als Chef dieser Organisation die Möglichkeit, am Ende des Tages die Richtung vorzugeben und die entsprechenden Menschen auch zu rekrutieren. Und ja, es ist mein Unternehmen, aber ich würde eher sagen, es ist mein Team. Also ich fühle mich mit diesem Team extrem stark verbunden, ja. Ich habe oft das Bild vor Augen, am Ende des Tages bin ich der Trainer, der an der Seitenlinie steht, ja. Ich kann viel erzählen und taktisch, ja, wie sagen wir, alles gut vorbereiten. Am Ende müssen es die elf Leute richten auf dem Feld. Und diese, diese, sage ich mal, dieser Teil, diese Menschen, die, ja, sind mir ans Herz gewachsen, die sind Teil, ja, meiner Lebensgeschichte geworden. Sehr schön. Sie haben eben es schon erwähnt, die Projektentwicklung. Mit dem Erwerb der Isaria sind Sie in die Projektentwicklung eingestiegen und haben einiges in der Pipeline, vor allem, wie Sie auch eben schon sagten, im Raum München. Sie nennen das Ganze, Zitat Ihrer Website entnommen, eine großdeutsche Plattform für nachhaltige Projektentwicklung von ganzheitlichen Quartieren in Metropolregionen. Was verstehen Sie unter einem ganzheitlichen Quartier? Ja, erstmal, wie definiert sich Quartier? Also, wir sind eben nicht der typische Projektentwickler, der irgendwelche Lücken schließt, ja, also einzelne Gebäude, sondern die größten Projekte, nennen wir mal Dachau. Wir haben ein Volumen von mehreren hundert Millionen Euro. Freiham in München, ja. Kabelwerk in Berlin, Marienhain in Berlin. Das sind Projekte mit über tausend Wohnungen. Und das heißt, die Frage und die Herausforderung ist da eben nicht nur, wie viele Wohnungen und welche Wohnungen müssen da entstehen, sondern da geht es um Infrastruktur, da geht es um energetische, um Energieversorgung, da geht es um Mobilität, ja. Da geht es bis hin zu Coworking-Modellen etc. Und es geht um den freien Raum. Und für mich müssen Quartiere lebenswert sein. Und lebenswert heißt für mich, das muss nicht immer das dichteste Quartier sein, darf es auch nicht sein. Es muss lebenswert bleiben, es muss gesund sein, es muss grün sein. Die Menschen müssen sich mit dem Quartier identifizieren. Und das Quartier muss Antworten finden auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und deshalb versuchen wir von vornherein, wenn wir in die Planung gehen, dass wir sagen, okay, wir müssen für mehr Generationen planen. Vielleicht müssen wir eher kleiner planen, kleinere Wohnungen planen. Wir müssen aber auch uns überlegen, über welchen Energieträger wollen wir das Ganze erschließen. Und wir müssen uns insbesondere in Städten überlegen, fährt der Mieter zukünftig noch sein eigenes Pkw? Oder kommen wir eher von Sharing-Projekten? Und natürlich E-Mobilität ist ein großes Thema. Da sind wir jetzt auch eingestiegen. Das heißt, wir müssen uns eben auch mit solchen Themen auseinandersetzen. Und deshalb sage ich meinen Leuten immer wieder, im Grunde genommen, es ist zu kurz gedacht zu sagen, wir bauen Wohnungen am Ende des Tages, bauen wir Stadtteile. 1.000 Wohnungen heißt doch nichts anderes als bis zu 3.000, 4.000 Menschen. Das ist immer noch aus heutiger Sicht ein kleines Dorf. Absolut. Zu Ihrem Portfolio zählen auch Pflegeimmobilien. Wie bedeutend ist diese Asset-Klasse jetzt und in Zukunft? Ja, bedeutend. Ich würde sagen, für uns ist es ein fester, fixer Bestandteil unserer Strategie. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir letztendlich stark auf zukünftige Entwicklungen achten. Und die Alterung der Gesellschaft schreitet voran. Die Lebenserwartung steigt. Menschen, ältere Menschen, erlebe ich gerade auch in meinem familiären Umfeld, wollen eigentlich nicht ins Pflegeheim. Sie wollen so lange wie möglich in ihrer Wohnung verbleiben. Und deshalb glaube ich, ja, es wird ein fester, fixer Bestandteil unserer Portfolio-Strategie sein. Aber auch da müssen wir neue Antworten finden. Also es genügt heute auch nicht mehr einfach zu sagen, ich biete jetzt hunderte Pflegeplätze an. Sondern am Ende des Tages, glaube ich, geht es darum, den Menschen ein lebenswertes Leben zu vermitteln. Auch im letzten Lebensabschnitt. Eigenständigkeit, autarke Entscheidungen treffen zu können. Das heißt, wir müssen viel über Digitalisierung in diesen Gebäudestrukturen nachdenken. Und die eigentliche vollstationäre Pflege ist eher eine Nische, würde ich mal sagen. Das eigentliche Thema ist die ambulante Pflege. Und das heißt, wir brauchen eine Infrastruktur, die diese, sage ich mal, Versorgung der älteren Menschen sicherstellt. Oder zumindest planbar macht. Und zwar allein vor dem Hintergrund, dass ein Mensch, der 80 ist, der will nicht nur zwei-, dreimal umziehen. Der möchte idealerweise, ich sage mal, im Quartier bleiben. Und das heißt, wir müssen ihm einfach ein Angebot machen, was sicherstellt, dass er im Quartier bleiben kann. Und das ist die Idee. Und das ist die große Herausforderung. Und daran arbeiten wir aktuell. Das finde ich ganz wichtig, was Sie jetzt zum Schluss gesagt haben. Denn man fragt sich ja, wo im urbanen Kontext sollten Pflegeimmobilien denn eigentlich angesiedelt sein? Also wenn ich mich umschaue und sehe Pflegeheime, Altenheime immer so am Rand in den Dörfern oder am Rand der Städte, entspricht es genau nicht dem, was Sie gerade beschrieben haben, was ich auch für unheimlich wichtig erachte. Ich glaube, es hat sich in der Zwischenzeit einfach herumgesprochen, dass ältere Menschen nicht unbedingt die Stadt verlassen wollen. Ganz im Gegenteil. Das kulturelle Angebot. Gehen Sie ins Theater oder gehen Sie in die Oper. Wenn Sie dort ins Publikum gucken, dann sehen Sie einfach, dass sehr, sehr viele ältere Menschen Kulturangebote wahrnehmen. Und ich glaube, nein, nicht am Stadtrand, sondern in der Stadtmitte müssen solche Quartiere entstehen. Und in Hamburg haben wir jetzt verschiedene Projekte in der Pipeline, die sind in der Mitte der Stadt. Die sind angebunden an eine kulturelle, sage ich mal, Infrastruktur. Und wie gesagt, man muss sich einfach ein anderes Bild machen von zukünftigen Pflegeheimen. Das sind keine krankenhausähnlichen Einrichtungen, sondern das sind am Ende des Tages sind das Serviceflächen, die eben auch eine gewisse Infrastruktur anbieten müssen für den Fall, dass der Mensch eben nicht mehr eigenständig leben kann. Mit dem Aufstieg der Deutsche Wohnen in den DAX ist die Branche stärker in die öffentliche Aufmerksamkeit geraten, was ja eine ganz gute Sache ist. Das Image der Immobilienbranche ist jedoch nach wie vor, ich sage mal, übel. Woran liegt das aus Ihrer Sicht und wie ließ es sich verbessern? Ich glaube, es ist wichtig, dass die großen, die institutionellen Unternehmen, Plattformen, dass sie wie gesagt ein Geschäftsmodell etablieren, was nachhaltig langfristig angelegt ist. Also die kurzfristige Orientierung an der Marsche ist, glaube ich, das, was uns Sorge oder was uns Schwierigkeiten macht. Also wir werden viel zu sehr an der Marsche gemessen. Das heißt, man unterstellt uns ein Händlermodell. Wir investieren, um zu verkaufen. Wir investieren nicht, um zu halten. Und ich glaube, mit unserem Geschäftsmodell haben wir jetzt über viele, viele Jahre bewiesen, dass wir Bestände zukaufen, dass wir sie entwickeln und dass wir sie letztendlich auch dem Mietenmarkt wieder zuführen. So, das ist die eine Geschichte. Das heißt, wir müssen an der Langfristigkeit des Geschäftsmodells arbeiten. Wir müssen kommunikativ uns ganz anders aufstellen. Da werden wir gerade erwachsen. Ich glaube, wie in anderen Branchen auch, durch die Größe gewisser Plattformen sind wir eben auch in der Lage, das direkte Gespräch mit Politik zu führen und delegieren das eben nicht mehr über Verbände. Aber ich glaube, die gesamte Branche, wissen Sie, am Ende des Tages sehe ich da nicht nur die Bestandshalter, ich sehe die Dienstleister, ich sehe die Verbände. Ich glaube, die gesamte Branche steht vor einer riesigen Veränderung. Die finde ich positiv. Die ist für mich erst mal kreativ. Den Druck verspüre ich. Aber ich glaube, am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Und wenn ich heute mit der Stadt eine Vereinbarung treffe und sage, okay, ich verpflichte mich für die nächsten 20 Jahre, das zu bestimmten Konditionen am Markt anzubieten und man nach 20 Jahren sehen kann, okay, der hat es gehalten, was er versprochen hat, dann werden wir, glaube ich, auch was Reputation anbelangend gewinnen. Das heißt, das sind die kleinen Schritte. Also ich warne davor, vor irgendwelchen Image-Kampagnen etc., die verpuffen in der Regel. Wir müssen uns einfach vom Kern her, ich sage mal, orientieren an den Herausforderungen, die im Markt bestehen. Wir müssen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Wir müssen die Angebote machen, die die letztendlich Gesellschaft fordert. Wir müssen Bezahlbarkeit genauso fokussieren wie Dividende. Aber am Ende des Tages, glaube ich, bin ich da insgesamt für die Branche sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Und die letzten zwei Jahre bei uns zeigen auch, dass wir gute, gute Fortschritte erzielen, dass wir, ich sage mal, in vielerlei Hinsicht heute schon viel, viel differenzierter wahrgenommen werden und dass auch gesehen wird und anerkannt wird, dass wir uns bemühen. Und am Ende des Tages geht es um das Bemühen. Sie haben gerade gesagt, die gesamte Branche steht vor riesengroßen Veränderungen. Welche Art sehen Sie sie? Ja, wie gesagt, im Neubaugeschäft sich zu reduzieren auf das Thema, ich kann nur wohnen und ich mache nur wohnen, ist zu kurz gedacht. Ich sehe uns als Branche mehr und mehr in der Infrastruktur, in einem Infrastrukturinvestment. Das heißt, ich muss mich um Straßen kümmern, ich muss mich um Versorgung kümmern, ich muss mich um Mobilität kümmern, ich muss mich um Energie kümmern. Und ich muss die Frage stellen, ich sage mal, wie will ich dieses Objekt die nächsten 50, 100 Jahre letztendlich bewirtschaften? Und da sind wir ganz schnell dann bei Co-Working-Modellen, Mehrgenerationenhaushalte etc. Das sind Dinge, glaube ich, die sind neu. Und ich mache mal ein Beispiel. Ich glaube, dass wir heute weitestgehend im Neubau immer noch nach alten Schematas bauen. Ich glaube, das Digitalisierungsthema findet im Neubau im Wesentlichen nicht statt. Das halte ich für gefährlich. Wir wissen alle, dass wir in die Gebäudesteuerung kommen müssen, aus unterschiedlichsten Gründen. Wir müssen die Gebäude intelligenter machen. Wir müssen den Mieter unterstützen, dass er letztendlich auch mit knappen Ressourcen besser umgeht. Das sind so Dinge, wo ich einfach sage, die Branche steht vor großen Herausforderungen. Kann man ja auch tagtäglich nachlesen. Das wird zu einem Wandel führen. Den sehe ich allerdings sehr, sehr positiv. Und am Ende des Tages, wenn ich sage, wir entwickeln Quartiere, dann sage ich auch nichts anderes als, wir fokussieren nicht ausschließlich auf Wohnen, sondern da ist natürlich auch immer ein gewerblicher Anteil drin. Da ist eine Office-Fläche da drin. Viele Aspekte, die es heute zu wachen gilt. Herr Zahn, der Vorstand der Deutsche Wohnen ist mit vier Herren besetzt. Der Aufsichtsrat zählt vier Herren und zwei Damen. Damit wären Sie zumindest dem für DAX-Unternehmen vorgeschriebenen Frauenanteil gerecht. Wie stehen Sie zum Thema Frauen in Führung und dem Zusammenhang zwischen Unternehmenserfolg und diversen Führungsteams? Also wichtiger als jetzt Aufsichtsrat und Vorstand am Ende des Tages ist doch die Organisation. Also wir beschäftigen hier im Wohnbereich über 1000 Mitarbeiter. Von den 1000 Mitarbeitern sind vier im Vorstand. Das heißt, entscheidend ist doch, fördern wir Frauen im Unternehmen. Das tun wir. Wir haben sehr, sehr viele Frauen in Führungspositionen. Der Anteil liegt bei fast 45 Prozent, was, glaube ich, branchenweit ein sehr, sehr guter Wert ist. Und wir haben generell in der Branche einen sehr, sehr hohen Frauenanteil. Der liegt über 60 Prozent. Ich sage mal, auf Frauen zu verzichten wäre einfach dumm. Talentierte Frauen zu fördern ist etwas, was ich sehr gerne mache und was sich auch bewährt hat. Und im Hinblick auf Vorstand und Aufsichtsrat sage ich mir einfach, wir sollten nicht zu sehr in Quote denken, sondern wir sollten in Kreativität denken, in Fähigkeit denken, in Kultur denken. Und ich glaube schon, dass auch in dieser Branche langfristig mehr Frauen im Vorstand und Aufsichtsrat Platz nehmen werden. Warum? Weil die Branche wird moderner, offener, ist bei Weitem nicht mehr so männlich, wie sie schon mal war vor zehn Jahren. Also auch hier findet Wandel statt. Aber ich bin kein Freund von Quote und ich bin kein Freund von staatlichen Vorgaben. Ich möchte am Ende des Tages ein erfolgreiches Team. Mit den drei anderen Kollegen habe ich im Moment ein hervorragendes Team. Ich kann mir was Besseres gar nicht vorstellen. Das heißt aber nicht, dass wir uns Frauen verschließen. Ganz im Gegenteil, wir sind da permanent auf der Watchlist. Sehr gut. Die an dieser Stelle normalerweise traditionelle Fußballfrage lasse ich jetzt mal weg, denn Sie haben mir ja schon in einem früheren Gespräch hier im Haus verraten, dass Sie, wer hätte es gedacht, Fan des FC Bayern sind. Interessant finde ich aber, dass ich bei meiner Recherche entdeckt habe, dass Sie Beirat eines Berliner Handballvereins sind. Wie kam es dazu? Ja, da gibt es eine Person, das ist der Bob Hanning, den ich sehr, sehr schätze und der wahrscheinlich etwas Ähnliches aufgebaut hat mit seinen Berliner Füchsen, wie hier ich mit der Deutschen wohne. Und er war einfach in einer schwierigen Situation, er hatte keinen Hauptsponsor und ich wollte das Projekt einfach unterstützen. Also habe ich ihm gesagt, okay, ich bin gerne bereit, über eine begrenzte Zeit letztendlich zu helfen. In der Hoffnung, dass sich irgendwann ganz, ganz viele Sponsoren finden, die da in Schlange stehen. Naja, die Situation ist heute eine andere. Sie können sich vorstellen, wie die Situation ist. Ich sage mal, für mich ist der Breitensport einfach wichtig und Basis für unser Engagement. Und jetzt den Profifußball zu unterstützen, halte ich einfach für einen Schmarrn. Das machen viele andere. Ich bin großer Fan von Breitensport, von Olympiade. Ich liebe Handball, ich liebe aber genauso Hockey, ich liebe Kunstturnen, ich liebe Schwimmen. Und wenn ich sehe, was diese Menschen dort leisten müssen und mit wie wenig und in welchen schwierigen Situationen sich das Ganze entwickeln muss, dann ist es einfach nur richtig, dass wir uns da, ich sage mal, abseits vom Fußball engagieren. Ich habe schon gedacht, Sie hätten früher mal Handball gespielt und habe Sie so als Kreisläufer gesehen. Aha, okay. Haben Sie aber nicht. Nee, ich glaube, selbst als Kreisläufer wäre ich zu klein heute. Heute? Nein, wie gesagt, wir unterstützen ja auch den Olympiastützpunkt. Wir haben die Ruderer unterstützt. Also ganz klares Anliegen, dort zu unterstützen, wo Hilfe direkt ankommt. Und ich finde einfach die Unsummen, die bezahlt werden im Profifußball und die Ablösesummen, die finde ich sowas von dekadent. Dass ich mir einfach sage, okay, also das ist nicht mein Geschäftsmodell und das ist auch nicht meine Überzeugung. Aber Fußballfan sind Sie auf jeden Fall. Immer und bleibe ich auch immer. Wunderbar, Herr Zahn. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen auch weiter viel Erfolg mit Ihrer Deutsche Wohnen. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke Ihnen. Ich danke auch den Zuhörern und freue mich dann auf die nächste Podcast-Ausgabe. Tschüss. Tschüss. ng